da ist er nicht hallo und herzlich willkommen leidtokom und ich glaube immer wenn ich anfange backt es ein bisschen rum und wieder dabei und er versucht ein bisschen lauter zu reden weil er ein bisschen leiser war und ich hoffe in dieser folge können wir auch nur schlecht nicht ein halbes Mikro ist nicht schlecht so schlecht ist es gar nicht ja ne wir machen jetzt gerade die Stoppuhr an das Passwort ist nicht mehr ich hab's geändert weil mein kleiner Bruder gerne nachts heimlich spielt und da meinen hübschen Minecraft Account schweigert ein Menke er wird uns alle umbringen nein wird er nicht nein nein das lasse ich nicht zu ich möchte nicht dass er uns umbringt stirbt nein 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 auch da läuft okay wir haben mit unseren Countdown irgendwann wird's Piepen und alles ist vorbei wollte ich nicht nö tun das nicht an er musste nochmal auf dieses Rädchen drehen und dann bei Medien so jetzt spielen wir einfach weiter oh mein Gott piep piep Aufnahme zu Ende okay das war's mit diesem Let's Play ich hoffe es hat euch gefallen ähm ich höre jetzt mit den Let's Plays übrigens auf danke nein nein ich höre jetzt auf das war mein Lebensziel früher als kleines Kind habe ich mir nicht gedacht ja später will ich mal reich werden später will ich einen Pool haben sondern später will ich ein Let's Play machen und meinen Glutex als Level 23 bringen und dann ist mein Leben vorbei also wenn jetzt in der Zeitung hat dass sich jemand in der Wohnung umgebracht hat ein zweieriges Kind dann wisst ihr wer es war so und jetzt da der uns den Joint anbrennen will Hallo und herzlich willkommen herzlichen Glückwunsch dass du hier bei den Zigaretten 5 gewonnen hast und jetzt als Hauptpreis gibt es natürlich ein Hä? der hat einen Fleckmann oder? keine Ahnung nein eben nicht der hat keinen Fleckmann es gibt einen anderen Schiff mit 27 17 glaub ich egal 27 auf jeden Fall äh ich meine ich muss nicht mehr weiter reden also auf jeden Fall kriegst du ans Preis einen Joint ne ich will keinen Joint Alter Alter kick mich jetzt boah das böse teuflische Zwecke gesagt kick mich mal an wenn ich mit ihr rede ich guck so vorbei da redet mich die ganze Zeit von der Seite an ich guck einfach so ganz gut chill vorbei ah wenn ich ein bisschen Überzeigungsarbeit leisten dann will ich doch den Schott rauchen la bla 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 oh mein Gott oh mein Gott ein schwarzes Loch was soll's oh mein Gott wir haben noch 13 Minuten und 20 Sekunden Rettetern Rettetern ihr Rettetern Kampf Kampf Glut 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 einsetzen? Wollen wir Glut einsetzen? Na? Wollen wir Glut einsetzen? Nein Noch 12 Minuten Pssst so laut nun auch wieder nicht du bist immer so entweder du lesest du redest total leise oder du redest total richtig krass laut ich rede nicht laut oder? schreib es bitte in die Kommentare hier spricht meine 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 Zuschauer es ist unglaublich es ist unglaublich Pikachu Pikachu setz den Donnerblitz oh ich freue mich schon auf den Donnerblitz ich freue mich wir freuen uns alle auf den Donnerblitz oder? komm bitte nein doch weil der Donnerblitz ist eigentlich die beste Elektroattacke es ist nicht die beste Donner oder Blitzkanone ich weiß es nicht oh man langweilig wir mögen keine der hat sich abgebeißt egal dann schicken wir unser Paras dafür unser Paras macht die alle fertig nein aber dann haben wir haben dann ja Mio Level 7 ist das glaube ich das äh das macht gar nicht das ist 10 Level niedriger als als die anderen weil dieses Pokémon kann sogar gegen Level 50 Pokémon bestehen es ist unglaublich dieses Pokémon ich muss es wirklich sagen weil oh man langweilig das war ein Volltreffer ok dann wissen wir jetzt wie effektiv unser Paras ist Tabu ok dann nehmen wir uns unser Glutex so es ist so cool dass es hier total leckfrei läuft ich weiß aber nicht ob ihr es leckfrei seht ich gucke mir einfach das Video an wenn ich es render warum sollte das lecken wenn du es anguckst ne weiß ich nicht bei mir ist es ja auch so auf meinem Computer aber deiner ist ja wesentlich besser ähm und jetzt einfach von Prinzip her geh ich nochmal kurz zurück ja 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 halt die Klappe weil wir ich würde gerne trotz oh es leckt schon wieder die rechte Maustaste lauf äh ja egal ne ich render grad im Hintergrund ein Video vielleicht ist das der Grund für die ganz kleinen Buggy Licks let's fail Pokémon Rot ja d und ich wurde auch schon an ich hab jetzt meine erste Fanpost bekommen er wollte mich er er hat keine Ahnung er war dass die Post ein bisschen seltsam sagen wir es so er konnte es nicht lesen weil es auf englisch war n da hat man natürlich die Leute vergenommen ob das jetzt alles so richtig war was das heißt wir können kein deutsch der übertrag ja die Google ist auch eine eine einer eine chinesische Firma das hat kein Mensch gehört sollte auch niemand hören sollte auch niemand hören hat er grad gesagt naja da war grad was lustiges gesagt aber ich glaube aber ich glaube ihr könnt nicht verstehen also ihr müsst relativ hoch hier gehen könnt euch den Pokéball nehmen das müsst ihr nicht macht einfach mal kann nicht schaden ok und jetzt müsst ihr nach ganz links gehen ihr dürft auf keinen Fall mit diesem Typen kämpfen der da im Gras steht wenn ihr das macht dann müsst ihr sofort neu starten weil dann funktioniert der Cheat nicht und jetzt ähm ich glaube es dauert länger weil jetzt müssen wir ein Abra kriegen ein Abra so das dumme an diesen Abras ist dass sie gerne fliehen wenn man sie nicht sofort fängt daher wird das sehr aufwendig werden und ich werde sie das ganze vorspulen ich kann jetzt ich kann euch nicht genau sagen ob meine Stimme dann wieder kacke klingt oder ob überhaupt was ich war gar nicht danach aber selbstverständlich ob das kacke klingt aber ein Problem und ich bin und ich bin wieder da ich hoffe mal nicht äh Stimme klingt nicht ne jetzt nicht dumm aber egal das ist unser hübscher Freund es kann natürlich sein dass ich das jetzt nicht halt die Klappe schaffe wir versuchen es einfach mal und hoffen wir hoffen es wir werfen einen Puckgeball wir werfen ihn warum hast du keinen Superball um oh bitte liebes Abra nein okay sie ist weg schüler kann sich geben schüler kann sich geben schüler kann sich geben noch mal weiter nicht okay labour kann sich das ist okay so mit ä Und da versuche ich wieder zu sein, wenn es absolut nicht klappt. Also ihr müsst so lange warten, bis ihr es gefangen habt. Ich gucke jetzt einfach, ob ich es irgendwann mal schaffen sollte. Wenn nicht, mache ich einen Aufnahmestopp und fange es mir. Und dann habe ich es. Und dann zeige ich euch einfach, wie es weitergeht. Komm. Oh Mann, schade. Okay. Ich mache einfach einen Aufnahmestopp. Bis gleich. Und ich bin wieder da und ihr seht, ich habe es geschafft. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um dieses Abra zu fangen. Der einzige Weg ist zu fangen, ihr müsst wirklich die ganze Zeit versuchen. Oder schieben. Aber ich habe leider nicht ge- Also es funktioniert, mir funktionieren Cheats irgendwie nicht. Ja, ich bin zu blöd. Was? Er fackt gerade bei Fruit Ninja. Das Ninja. So. Und jetzt sind die Schritte wirklich, wirklich very, very, very wichtig. Wenn ihr jetzt einen falschen Schritt macht, dann macht ihr alles falsch. Ich speichere am besten nochmal ab. Falls ich jetzt doch irgendwas falsch mache, ich will nicht nochmal auf den Besuchern nach Abra gehen. Oh Mann, das ist so. Oh Mann, das ist total kacke. Das ärgert mich ein bisschen, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ja, nee. Ähm. Wir fangen gleich ein Meal. Ja. Ja. Oh yeah. Oh ja. So. So, ich stehe jetzt in der linken oberen Ecke von dem Gras. Und dann... Mann, ich habe es schon wieder vergessen. Oh, du, 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 du. Du weißt, dass es auch aufgenommen wird. Nö, ich habe ja Pause gedrückt. Nein. Nein. Oh, lecker, du, du, du. Hier hingehen. Hier hingehen. Hier hingehen ist wirklich hart. Und jetzt müsst ihr wirklich aufpassen. Ihr müsst jetzt nach rechts gehen und sofort den Startknopf drücken. Ach, scheiße. Okay, ähm. Ich werde den Tisch nochmal öffnen. Da. Entschuldigung. Nein, scheiß mal. Mann, ich krieg's nicht hin. Ja, bestimmt. Ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Hä? Anscheinend funktioniert es nicht. Verarschen. 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 Städtisch genau ein für die Wässige oben in das Grasfeld Speichern und dann spielst du dir einen Schritt nach rechts und drücke sofort den Startknopf. Und hier geh nun leider durch. Achte auf, dass du nicht mit dem Präner kämpfst, der sich im Gras befindet. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.